In einem ehemaligen Pferdestall der Bötzow-Brauerei in Berlin-Mitte entführte zur Berlin Fashion Week das Label Augustin Teboul in eine surreale Zwischenwelt. Gezeigt wurde die Kollektion Dreams Are My Reality. Dies ist die Show von Augustin Teboul und Cointreau unterstützt uns. Dafür wollten wir ein Stück kreieren, das auch unserem Stil entspricht. Die halterlosen Strümpfe sind typisch für uns, auch mit der gehäkelten Verzierung. Wir versuchen generell Emotionen mit unserer Kleidung auszudrücken. Hier wollten wir über Cointreau sprechen. Daher ist es etwas psychedelisch, wissen Sie. Cointreau befreit ihre Fantasie. Am Anfang der Kreation. In der Kreation geht es immer um Emotionen und Geschichten. Wir versuchen auf Basis von etwas wirklich Tiefem zu kreieren. Was wir anstreben sind Kreationen zwischen Couture und Ready-to-Wear. So etwas wie demokratisierte Couture. Wir produzieren im Atelier, noch in Handarbeit und mit speziellen Techniken, nicht industriell. Ich trage Augustin Teboul und bin wirklich, seit ich die Sachen zum ersten Mal gesehen habe, total begeistert und die neue Kollektion, die ich gerade gesehen habe, umwerfend. Ich träume auf einmal in der Nacht.